back am start und heute mache ich einfach mal so einen kleinen vlog wie immer autos und heute kommt auch noch ein video also drei videos hätte und checkt es einer anschaut das würde mich sehr freuen und wenn ihr einfach mal ein abo da lasst und like und die glocke aktiviert und ich bin jetzt hier draußen und heute abend wird sehen was euch dann erwartet ja er wird sehen was ich dann erwartet aber auf jeden fall ist das echt cool ich kann euch nur eins sagen es hat mit feuer zu tun ich gehe mal ein bisschen fahrrad fahren mir ist ja kalt und leute falls das mein freund lukas sieht da bin ich einfach voll gerne matsch geknallt ich immer noch meine schuhe alles ist noch die werde ich erstmal sauber machen oder direkt wegschmeißen warte ich muss jetzt mal kurz mal ein fahrrad hier raus aus dieser rasse holen nur ein altes fahrrad ist das meine normale fahrrad ich kann nicht mehr so gut fahren was war schäler ich hole meine schwester die schiebe ich gerne warte ich muss jetzt mal kurz meine schwester holen weil das echt anstrengend weil die die haben noch plattenreife und wenn sie das schiebt ne ey so schnell schäler 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 komm mal raus erst mal fiuu fiuu so so ist gut schäler schäler man egal 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 ach und gleich kommt vielleicht noch call of duty online aber ich glaube nicht weil wir haben besuch und so wie lange geht schon das video drei minuten was war das hallo auch egal auf jeden fall ähm zum abschied dringos krrrrrr schäler 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 k bis schäler